Er kam und traf und eroberte die Herzen der Fans im Sturm. Bei seiner Premiere im Westfalenstadion 1999 erzielte Giuseppe Billirena prompt sein erstes Tor. Sein Jubel wurde Kult. Der Spitzname war schnell gefunden. Billy the Kid wirbelte viereinhalb Jahre für die Schwarz-Gelben. Heute wird er 50 Jahre alt. BVB TV und einige seiner ehemaligen Weggefährten gratulieren mit einer Top 5 seiner schönsten Tore. Hi Billy. Ich wünsche dir alles alles Liebe zu deinem 50. Geburtstag. Bleib so wie du bist. Es hat mich gefreut, dich letztens wieder auf dem Platz gesehen zu haben oder am Platz. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wie gesagt, alles, alles. Liebe zum Geburtstag. Feier schön und bis bald. Unabbraccio amico mio. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ja, Billy, herzlichen Glückwunsch zu deinem 50. Geburtstag. Ja, ich wünsche dir nur das Beste, alles Gute, einen schönen Tag, eine schöne Feier mit deinen Liebsten. Ja, ich kann mich nur positiv an unsere gemeinsame Zeit in Dortmund erinnern. Du warst ein absolutes Schlitzohr auf dem Platz und auch neben dem Platz. Auf dem Platz kann ich mich gut erinnern, im Kreis, im 5 gegen 2. Ja, da hast du mir einige Tunnel verpasst. Da warst du gnadenlos und total abgezockt. Ja, neben dem Platz hast du für unsere jungen Spieler immer ein offenes Ohr gehabt. Und du warst immer korrekt, immer lustig, hast uns immer Tipps gegeben. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ja, von daher wünsche dir einen schönen Tag, Feier schön und auf die nächsten 50 Jahre. Hi, Billy. Alles erdenklich Gute zum 50. Geburtstag. Wow, wow, wow. Wer hat dir das gedacht? Die Zeit, die geht sehr, sehr schnell. Wird immer interessiert, ob du immer noch so schnell bist. Feier schön, alles Gute und genießt den Tag. Beauf der den Tag. Im 1-2. Schreie. Scherien. Im 1-2. Bis zum 50. Im 1-2. Im 2-2. Im 2-4. Im 1-2. Im 1-3. Im 2-5. Hallo Billy, alles Gute zu deinem 50. Geburtstag. Ich werde dieses Jahr 45, also wir werden echt alt. Aber es geht um deinen Geburtstag und welche Situation ich immer mit dir in Verbindung bringe, als wir mal einen neuen Trainer bekamen. Ich will den Namen nicht nennen, der dich dann auf Spanisch angesprochen hat, weil er dachte, du wärst Spanier. Das ist so das erste Bild, was mir immer bei dir einfällt. Wir haben herzlich gelacht. Also in diesem Sinne, weiterhin beste Gesundheit, viel Erfolg beruflich wie privat und dann weiterhin tolle weitere 50 Jahre. In diesem Sinne, Hippepora Borussia! Gute Musik Gute Musik Gute Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020